Oh, ich mag diesen Typ so gern. Die Walze mit dem grinseligen Gesicht. Die ist so cool. Oh mein Gott, ich muss es erst einmal sagen, dass die Flamme mich neben dir rettet hat. Ich rette den Geier nicht. Nee, ich bin runtergefallen. Nein, Geier habe ich auch ein bisschen gebrochen. Mama Mia! Gibst du fünfmal am gleichen Flick? Mama Mia, Piteria! Mama Mia, Nummer One! Du, okay. So, dann haben wir es nach vorne. Toll. Komm schon drauf da jetzt. Das Spiel macht schon Spaß. Nein, ich bin gestorben. Blöder Treibsand, Arsch. Okay, bitte. Spiel, go! Ja, das Spiel macht Spaß. Schmerzen im Beinchen. Löse das Pyramiden-Paddle. Oh Gott, ich bin so schnell gestorben, Alter. Als ich Breakfast gesagt habe, bin ich losgerannt. Ich bin auf. Das ist ca. 5 Sekunden tot. Jetzt kann ich das mal machen. Jetzt kann ich das aber einfach. Hier geht's. Jawohl! Wow, ich hab meinen 27. Stern. Ich bin komplett hinten noch jetzt da. Und wir hängen im Treibsand! Ich bin auch schon wieder zweimal im Treibsand gestorben. Das ist mir egal, ich bin hinten nach! Nur mit zwei Läden... Oh! Doch nicht wahr sein! Und wer ist jetzt da? Was ist jetzt? Es war ein Kiryx. Ein selbst, was gibt uns? Hilfe! Ha! Alles gut! Wie wie war der Dorn schlagartig aus bei mir! Komischer! Ich komm jetzt nicht mehr auf oder was? Und der Scheiß! Der Scheiß! Ich komm mir überhaupt zu den K. Ja, ja! Audi! 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 Ein Audi! Neee! Der will keinen Geier haben! Aber wie kommen wir eigentlich überhaupt zu deinem Geier? Da muss ich fliegen, oder? Genau! Da war was! Ich treff den nicht! Dann versuch mal mit Treff... Komm! Komm! Das ist für ein Scherz, kid! Ich hab'n Clown gefrühstückt! Oh! Die haben ihn jetzt in seinen Magen getreten! So! Alter! So richtig in der Luft, so BAU! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Was tut ihr? Klapp gedrückt an Mario! 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 Ja! Alter! Ja! Juhu! Das headst du in dem F團? Ich hab'n mir doch keinen Mann! Das ist ja so... traurig! Moment, ich kann die roten Münzen holen... Aua, und das Bobbomb sprengt mich erst mal weg. Nein! Nach hin! Wo ist denn eigentlich der Stern, wenn man den Geier erwischt hat? Der landet dann hinten. Zwischen den beiden Stangen. Oh Gott. Na, ich bin in Treibsand gefallen, ich krieg die Krise. Ich bin auch gerade einmal im Treibsand gestorben. Ich hab trotzdem 27 gerne erst. Jetzt aber nicht viel verbittert werden, ja? Doch. Die Leute sollen mitregen. Das macht mir keinen Spaß mehr. Das zerstört alles. Darauf muss ich lachen. Was war das jetzt? Ich fahre nicht mehr. Aufklachen. Der Welt fällt mir jetzt nicht mehr ein. Danke, wir in die nächste. Jacka, wie viel hast du jetzt? 35. Ich habe jetzt gleich 22. Gleich. Alter. Alter. Wie viel hast du hier wachst? 32. Auch 32. Mal gleich. Nessis Rücken. Ich klettere auf Nessis Rücken. Nein, das gibt's doch nicht. Oh, bleib die Decke von der Pyramide weg. Oh, I don't know. Wow, no. Wow, no. Vergessen, dass die Steine sind. Natürlich nicht. Oh, man. Was, ob die Decke wegbleib... Achso, nein. Ich glaube nicht. Wie viele Sterne brauchten wir denn für den zweiten Barser? Ähm, 30 glaube ich. Fürs U-Boot. Fürs U-Boot. Das ist U-Boot, der ist in der Wasserwald reingend. Was machst du denn da jetzt? Du musst da... Alter, ich hasse die Wüste so sehr. Dann skipp es. Du hast... Es gibt eh genug Sterne, dass du was auslassen kannst. Nee, ich hab schon so viel. Da. Da ist das Problem. Ja, der deppete Geier hat den anderen da, ne? Ich habe... Ich bin hier aufs. Jawohl. Alter, warte mal. Ich müsste anschauen. Oh, Leute, da ist gar kein Stern. Alter. Ich schaffe, dieses Leben nicht zu holen. Ich bin schon wieder auf null Leben. Oh, mein Pott! Oh, dein Pott. Oh, mein Pott. ich bin ich bin dem schloss wieder oh man das kostet Zeit oh Gott wow das war so nah das war so nah wow oh Gott ich kann mich nichts mehr aus in dieser Welt alles vergessen Moment wo muss ich hin da ahnung wo ich bin Alter ah hier bin ich hier kann ich ja zum Metall Mario oder so irgendwie ja genau da geh ich auch grad hin du weißt wo es ist ich weiß nicht wo ich hinrenne ja jetzt bin ich wieder hier ja ich kenn mich auf jeden Fall aus ja also kein Problem ich hab da kein Problem mit na ich das ist eine gute Idee ich mach jetzt mal die die Invisikappe wenn ich wüsste wo sie ist die ist im Burgkram ja genau da 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 ja zu ja 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 Ah, hier war irgendwas! Irgendwas war! Geht doch nicht! Einen Stern einfach oben? Okay! Loll! Dein Ernst! Dein Ernst! Das was ich schon habe! Oh mein Gott! Das darf doch nicht wahr sein! Hier war doch irgendwas! Das weiß ich nicht! Irgendwas war da! Dort! Kamera! Dort! Kamera! Nein! 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 Ich glaube, alles war auf! Weiß mich! Geht's nicht! Ich verbrauche schon wieder so lange Zeit! Hier habt ihr schon genug! Gerne! 32! Ja! Wie passt die, Susi? 28! 25! Ja, ich weiß nicht weiter! Ich bin nicht lange es braucht! Entschuldigung! Oh, ich bin gestorben! Bist du ein Hund auf dem Schwarz getreten oder so? Nein! Ich bin bei der Invisika schon gestorben! Ich hab so viel Zeit schon wieder verloren! Oh! Ich darf keine Glitches ausnutzen! Oh! Ich darf keine Glitches ausnutzen! Und in einen anderen Raum zu kommen! Habe ich eh nicht hinbekommen! Aber ich hätte es probiert jetzt! Welche Wand? Nach wo? Ja, das kennt wahrscheinlich fast keiner! Aber... Oh mein Gott! Ich sterbe! Oh mein Gott! In diesen Gas! Oh mein Gott! Ich lebe, Mario! Nein! Das darf nicht wahr sein! Ich bin da einfach nicht hochgekommen! Wah! Kabamba! Kabamba! Das klingt nach Spaß! Alter, ich weiß nicht mehr! Ich weiß nicht mehr! Ich weiß nicht mehr! In dieser Welt ist kein einziger Stern mehr! Und ich habe erst zwei geholt! Pyramide! Nein! Schleimwild! Klettere auf den nässigen Rücken! Keine Ahnung wie ich zum Nässe kommt! Ich hab zur Pyramide genau einen Stern geholt! Weil das mit den Geiern funktioniert nicht! Daruf hat doch einer den Geierarm! Nochmal gestorben! Hurra! Sag nicht Hurra! Du hast mehr Sterne als ich! Was? Nein! Wie viel hast du? Ich hab vier und drei als du schon mal bist! Ja, Alter! Dann hast du zwei mehr als ich! Ah! Loll! Was ist das denn? Ih, ist das gruselig! Ich hab Angst, ich will ja nicht runter! Ah doch! Genau! So schaut das doch aus! Voll loll! Was macht ihr euch für einen Stress? Ihr habt 34 Sterne! Er! Ich hab 32! Nee! Komm dich runter! Was soll denn hier schauen? Wo ist denn Nässe? Da rein? Wo ist denn Nässe? Hallo Nässe! Ich krieg die Kräse! Du kriegst den Morgenkrempft! Das... Das tust du nicht! Nässe! Aber ist mir egal! Nicht auf mich warten! Oh mein Gott! Hier we gooo! So! Dritter Versuch bei diesen blöden... Dingen! Oh! Ich hab das gerade gehört! Boah! Das ist laut! Oh mein der Kopfhörer laut gehört! Pumken knacksen! Uuuu! DDR-Druck Münzen sicher nicht Alter! Ich weiß dass es hier ewig dauert! Gott! Ich mach keine Stammattacke wenn ich einsprungen will! Ich habe es geliefert. Parlewes. Parlewes. Ich habe es geschafft. Bis zum nächsten Mal.